Das geht nicht. Ich stelle nicht. Okay. Erstmal gehen wir durch und sacken hier die Edelsteine ein. Da oben ist sonst nichts mehr. Nein. So, dann lassen wir hier noch die Yeti-Pelze einsacken. Irgendwo werden wir das Zeug ja auch noch verkaufen können. Ich kann mich nämlich erinnern, dass es im Finsterfrost auf jeden Fall einen Schmied gibt. Ich weiß nur nicht, ob der auch ein Händler war oder nicht. Oh, hi Auge. Also, ich hoffe, ihr habt es gesehen, das Auge hier. Wenn nicht, dann spult nochmal zurück. Ach nö, warum muss ich jetzt auch nur Eisbären töten? Ich versche mir meinen Wart in deine Flut. Ich führe meine sterne Klinge. Wie sieht es eigentlich bei euch mit Munition aus? Bei dir noch gut, bei dir auch noch. Jetzt wechseln wir wieder auf die Rolltöter. Man merkt da aber, die Trolle sind nicht mehr wirklich gefährlich. Sie bringen auch nicht wirklich viel Erfahrungspunkte mehr. Ah, noch mehr Trolle. Dein Befehl? Ja. Mein Leben ist verwehrt! Das macht mir nichts aus. Sehr viele Troll. Ne? Das macht mir nichts aus. So, keine Trolle mehr. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Wie kann ich helfen? Okay, wieder Yetis. Wieder ein Auge. Mögen dich der Teile schützen! Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Weiter! Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich höre. Ist das alles? So, wieder Edelsteinchen. Ups. Ja, natürlich. Und hier die Fälle. Ja, es soll geschehen. Okay, Witterwölfe. Ah, noch mehr Witterwölfe. Sag, was du von mir willst. Auf in den Sieg! Sofort! Hier gibt's noch ein bisschen Gebiet. Und ja, hier oben ist, glaube ich, dann nichts mehr. Ich kann das machen. Gucken wir einfach mal, ob wir noch einen Winterwolf hier rauslocken können. Ja, können wir. Wie kann ich helfen? Jetzt ist Tarion in der Falle. Vorwärts! Dein Befehl? Wie kann ich? Ich kann das machen. So. Noch mehr Fälle. Die wir dann hoffentlich verkaufen können. Ja. Gewiss. Und mal einen Quicksafe machen sollten. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier ist auch nichts mehr. Das heißt, es geht nur hier hoch. Und hier ist wohl der Eingang... ...zu den Seerhöhlen. Ja, da haben wir uns jetzt ein großes Stück durchschlagen müssen. Oh, Remo-Harze. Allt verstanden! Äh, A-K-A-A-S-Kriecher auf Steroiden. Auf in den Seerhöhlen! Wenn es schon noch nie gewalttätig ist. Welchen die Katar mit Schutzschutz! Geben keine Gefangene! Oder wie man es noch ausdrücken könnte. Sind das eine uneheliche Verbindung aus Ankexen? Und Assfressern. Das ist doch Goblin leicht. Sag, was du von mir auf in dem Siegst. Ja. Du machst mich kein Ordnung. Vita, Mortis. Jawohl, das ist doch Goblin leicht. So, die Edelsteine zu dir. So, und drei von denen sollten reichen. Vielleicht noch ein Vierter. Ja, wir haben hier noch viel Gebiet vor uns. Ja, Rebo-Harze können auch verdammt viel Schaden kloppen. Ich kann nicht helfen. Vita, Mortis. Ja, ja, ja. Ne, mit dem gleich die gute Heilung. Ja. Ich kann das machen. Vita, Mortis. Ja, ja, ja. Also, ja, ein Rebo-Harze-Panzler könnten wir theoretisch noch mitnehmen. Also, natürlich, wir sind jetzt gleich aus ihren Nestern raus und es gibt keine mehr. Ein Loch ist hier durch das Eis geschmolzen worden. So angestrengt ihr auch in seine Tiefe statt, ihr könnt keinen Boden entdecken. Diese Höhen enthalten zu viele Löcher. Dieses Loch führt zu einem weiteren Tunnel. Es ist tiefer als... Es ist so tief, als dass ihr schon absteigen könntet. Ja. Tach. Zwei von euch. Ja, Rebo-Harze, sie machen viel Damage. So, wer könnte denn noch einen Panzer tragen? Bzw. wem könnten wir noch genug geben, dass... Hagrim einen tragen könnte? Niemand. Schade. Na gut. Ja. Sofort. Dies sind die gefrorenen Überbleibs eines Wesens. Ich habe keine Ahnung, was für ein Ähnliches es sich hier handeln könnte. Mäh. Dieses Loch führt zu einem weiteren Tunnel. Es ist zu tief, als dass ihr hier hinabsteigen könntet. Ah, wieder ein Rebo-Arz. Sag, was du von mir willst. Du, heil mal. Was habe ich eigentlich hier? Mittelschwere Wunden heilen. Ach, durch den heiligen Helm von Latanda und das heilige Ring. Wie kann ich helfen? Ja? Immer bereit. Ist etwas nicht in Ordnung? So, und noch mehr Heilung. Und dann haben wir noch die ganze Heilung. Da war heilbar mit den großen Heilungen. So, das sollte reichen. Dann boxen wir jetzt... Oh, da sind zwei, drei, viel zu viele. So, kloppen wir den noch weg. Einverstanden. Was? Wenn es sein muss... Und sagen jetzt mal hier den Edelstein ein. Und dann würde ich sagen, wir speichern hier mal wieder. Das wäre jetzt LP-003. Wir kommen ziemlich schnell voran, muss ich sagen, im Add-on. Weil, ja, es ist nicht so groß, ist das Add-on wie das Hauptspiel. Aber doch schon krass, wie wir hier sind. Gut. Aber jetzt mache ich dann erst einmal einen Cut. Also, bis gleich. und dann meine mich die lehnen. die 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 Vielen Dank.